So, Motor hat irgendwie eine Macke von der Markise. So, zum Kurbeln habe ich keinen Bock. Was machen wir? Ich nehme den Akkuschrauber. Einmal rein damit und ab geht da der Peter. So, zum rausfahren muss man ja bloß links rechts ändern und dann können wir noch die langsamste Stufe machen, falls wir jetzt langsam ran wollen. So, das war's. Markise ausfahren mit dem Akkuschrauber. Da muss ich mir zu helfen wissen. Also, wenn ihr jetzt noch eine Kurbel habt, also ich hätte mir jetzt kein Motor gekauft, wenn ich vorher schon die Idee mit diesem Akkuschrauber gehabt hätte, dann hätte ich mir nämlich hier noch diese Kurbel, hätte ich mir da irgendwas gebaut, wo ich unten einen Akkuschrauber dran setze und dann stellt sich, ich bringe es ja mal so. Hier ist ja jetzt komisch, ich habe hier auf einer Treppe gestanden, das ist jetzt eine andere, andere Voraussetzung. Aber früher habe ich hier unten gestanden und gekurbelt, mit der Hand. Also was doofes. Dann würde ich mir jetzt was bauen hier mit dem Akkuschrauber. Stange, zack. Und dann kannst du mit dem Akkuschrauber rausfahren. Da brauchst du doch keinen Scheiß machen. Die Mutter nachrüsten, das war eine Mistarbeit. Und mit den Kurbeln das vielleicht ein Jahr gemacht. Dann war mir das echt zu blöd. Nun fahren wir wieder raus. Umschalten. Komm raus. Oh, langsame Stufe. Machen wir wieder. Schnelle Stufe. Zack. Einmal frei. Oh. Mensch. Ist das immer eine Notlösung oder was? Ist doch nicht schlecht. Ich habe hier noch ein kleiner Tipp mit Beleuchtung. Wenn du so eine LED-Beleuchtung hast, wie am Fernseher, gibt es auch diese LED-Dinger. Die habe ich mir hier drunter geklebt. Hier einmal langänglich, diese selbstklebende LED-Beleuchtung. Das sind für 12,50 Euro mit Fernbedienung. Und verschiedene Lichter kannst du da machen. Das ist auch eine tolle Sache. Da hängst du da oben eine Powerbank rein. Ich mache das bloß mit einer Powerbank. Hätte keine Lust. Und den machst du hier bloß. Da ist hier dann der Anschluss. Da machst du eine Powerbank rein. Und dann habt ihr eine schöne Beleuchtung. Das macht nachts schon richtig was aus. Und ihr könnt verschiedene Farben auswählen. Und naja. Das funktioniert zwei Jahre sogar schon. Ohne das auch was. Ja, da hinten sind die zu und sehe ich. Und nach und nach Kacken und per LEDs ab. Naja. 2 Euro. Kauft euch ne neue. Zähne ist. Zick. Das war's. Kleiner Tipp. Beleuchtung, Markise und Benutzung mit Akkuschrauber. Zieht euch, ihr Verrekten.